Oh mein Gott, du willst mich doch verarschen, oh mein Gott, oh verdammte Hacke, ach du grüne Neuner, okay, okay, wir versuchen uns den Weg wieder nach oben zu machen. Okay, oh Mann, ich habe irgendwie echt immer das Pech, dass ich, oh nicht, so gut, danke, so jetzt müssen wir, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie wieder nach oben kommen. Puh, ja, wie kommen wir jetzt wieder da hoch, verdammt. Wir müssen irgendwie nach oben, irgendwie, irgendwie müssen wir nach oben und ich kann dich hier nicht stehen lassen, glaube ich. Oder doch? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kann ich dich hier stehen lassen? So, ich muss sehen, ob ich dich hier stehen lassen kann. Dann muss ich uns erstmal einen Weg nach oben bahnen. Ja, ich hier, oh, nicht, nein, 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 jetzt, Schluss, aus! Mann! Weg da! So, okay. Ich versuche uns einen Weg zu bahnen, okay, bleib einfach da. Wir schaffen das. Irgendwie müssen wir da hoch, Gott. So, okay. Ähm. Wow. Okay. Noch eine Höhle. Okay. Vielleicht kann ich aber, das wäre natürlich eine Idee. Ähm. Vielleicht kann ich uns ja irgendwie... Hm. ...da so eine Treppe bauen. Das wäre natürlich... Ähm. Äh. Oh mein Gott. Warum muss ich auch in die Schlucht stützen? Wobei, die ist nicht schlecht. Also, muss man schon sagen. Das hat was hier. So. So. Ja, danke, ey. Und jetzt, äh, geht's auch bestimmt gleich los hier, ey. So. Okay. Weil ihr es seid, ne? So. Äh. Ich wollte was ganz anderes, heute. Was ganz, ganz anderes. Ach. Ach, Mann. Echt. Ich wollte nicht hier rumrachen, ey. So. Aber ich glaube, das führt uns hier zu einem Erfolg. Ich glaube, das führt uns wirklich zu einem Erfolg, weil, ja toll, ich komme hier wieder raus. Oh. Komm, mein Pferdchen. Hier kommen wir wieder raus. So. Ich mache hier uns richtig schön viel... Warte. Oh, oh. Äh. Da. Oh, da, da. Da, da. Warte. So. Aber eigentlich sollten wir... Oh, Mann. Nein. Nicht da rüber. Okay. So. Dahin. 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 Genau. Hoppi. Hopp. Jetzt. Gott. Komm schon, du kannst es. Ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung wir wieder nach Hause müssen. Verdammte Scheiße. Ha. Oh. Zzzzzzt. Warte, da war die Schlucht. Ah, okay. Ich weiß es wieder. Okay. Wir müssen in... Da. Aha. Aha. Das hier ist auch irgendwie falsch generiert. Und das hier, das scheint jetzt endgültig neues Baugebiet zu sein. Okay. Weißt du was? Äh, äh. Wir bleiben... Ganz kurz. Wir bleiben... Hier. Hier. Ja. Ja. Wir bleiben genau... Oh Gott. Hier. Ja. So. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. So. Hallo. Hehehe. Ein Zombie. Eine Spinne. Ich hoffe. Nein. Ich hoffe. Okay. Oh Gott. Äh. Das ist auch... Oh. Irgendwie ist das hier alles komisch. Das sah aus wie ein, 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 ein Birchwald hier. Aber ich habe mich wohl doch getäuscht. Ja. Ich habe mich getäuscht. So. Jetzt rendert wieder nix. Ach, Mann. Hier muss doch irgendwo ein neues Gebiet sein. Eigentlich sind wir hier komplett in neuem Gebiet. Und, äh, das wundert mich hier absolut, warum hier nichts ist. Und mich wundert auch, dass hier nichts rendert. Gar nichts rendert. Okay. Hier ist ein Pferd da. Äh. Kann das sein, dass ich in der alten... An dem alten Gebiet bin? Hm. Hab ich hier... So. Warte, warte, warte. Das ist alles Quatsch hier. Das braucht kein Mensch. So. Das ist das. Und euch Eichensetzlinge. Eichensetzlinge, das ist... Die braucht auch kein Mensch. Und ich dachte, ich wäre in neuem Gebiet. Aber ich bin nicht in neuem Gebiet. Ich glaube, jetzt bin ich in altem Gebiet. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste... Ah. Hier hinten, genau. Dschungel kommen. Richtig. Nein, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Okay. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Gut. Wir müssen wieder dahin. Wir sind einmal im Kreis. Also in diese... In diese Richtung. In diese grob. In diese... Ja. In diese Richtung da. Da ist unser Zuhause. Unser altes Zuhause. Nein, unser Zuhause eben. Nicht unser altes. Unser Zuhause. Das macht mich kürre hier. Dass ich hier nichts sehe. Das hier einfach alles... Das macht mich wirklich kürre. So, ich muss aus diesen Gebieten raus. Ich brauche ein neues Gebiet. Neues Gebiet. Nicht altes Gebiet. Das ist alles altes Gebiet. Ich brauche ein neues Gebiet. Also das ist im Prinzip hier ein neues Gebiet. Keine Frage. Aber es ist nicht das richtige neue Gebiet. Oh Mann. Nein. Nein, es ist nicht das richtige neue Gebiet. Hm. So. So. Die Bäume sind nicht hier. So. Jetzt müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir wieder in diese komische Schlucht reindonnern. Heindonnern. Hm. Okay. Wir laufen jetzt einfach mal so ein bisschen am Rand hier entlang. Wir werden doch wohl irgendwo mal in wirklich ein neues Gebiet kommen. Also das ist Quark. Dass ich hier Eichensetzlinge. Also das passt nicht so wirklich. So. Hier haben wir... Ah ja. Hier ist die Schnittkante. So. Das heißt, das hier müsste jetzt... folglich richtig neues Gebiet sein. Ich nehme die übrigens ja mit. Ne. Das ist ja klar. Warum nehme ich die mit? Ja. Weil ich die brauche. Ah. Für... Oh Gott. Nicht schon wieder. So. Das ist wieder altes Gebiet da hinten. Das ist nämlich Swamp. Puh. Okay. Ja. Das ist Swamp. Das ist alt. Hier sieht man wieder die Schnittkante. Äh... Bin ich hier echt am Rand? Ist das alles? Nur dieses bisschen Savanne da? Das ist alles? Das ist mein ganzes neues Gebiet? Das bisschen Savanne? Und das bisschen Wüste hier? Oh mein Gott. Oh oh oh. Achtung. Achtung. Schön langsam hier. Schön aufpassen. Das ist wirklich alles. Und es sind doch noch die falschen Bäume. Also beziehungsweise die Bäume sind schon die richtigen. Aber die Setzlinge sind die falschen. Oh. Okay. Dann müssen wir mal in eine andere Richtung. Ich brauche dringend. Ich brauche ganz, ganz dringend neue Samen. Baumsamen. Ja. Baumsamen. Ich möchte nämlich gerne... Komm schon. Komm schon. Oh nein. Und so. Gut. Jetzt bist du drüber. Gut. Okay. So. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Wo wir ja waren. Genau. Da hinten ist unsere Kiste. Das ist alles alt. Alles altes Gebiet. Alles alt, alt, alt. Genau. Und hier waren wir nämlich eben. Genau. Upsi. Obwohl das könnte gehen. Ja. Das geht. Das ist alt. Ja. Na klar. Äh. Ach. Weißt du was? Ich weiß jetzt, was ich mache. So. Hier bin ich auf der Rückseite. Genau. So. Hier ist dieses Ding. Ah. Ah. Nicht traunen. Ähm. Gott. Oh Mann. Ich muss irgendwie... ...auf die andere Seite. Oh. Gott. Komm, 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 komm. Nicht entsaufen hier. So. Ah. Falsche Seite. Nein. Ach Mann. Falsches... Falsche Seite. Mann. Gaul. Hör auf jetzt. Gott. Andauernd gehst du auf die falsche Seite. Hör auf damit. Das gibt es nicht, ey. Super, ey. Ganz tolle Wurst. Echt. Ganz tolle Wurst. Ach Gott, echte Brücken bauen, ne? Hallo? Was ist zu falsch zu verändern, verstehen, wenn ich hier rüber möchte? Ja, super. Klasse. Klasse. Oh, Mann. Oh, Gaul, ey. Du machst mich echt kürre, ey. Nein! Nicht Bäume anpflanzen. So. Jetzt, bitteschön, laufe endlich darüber. Auch wenn du es nie... Oh, Gott! Ich hasse das! Mann! Ja, jetzt! Oh, Mann. Weißt du was, ey? Hier, komm. Bitte. Jetzt. Echt. Wir brauchen sowieso ein neues. Mal so. Ja, und wieder ersaufen. Oh, mein Gott. Heute geht's so richtig gut ab, ey. Oh, meine Güte, ey. Alter Schwede, ey. So, mein Gaul kommt nicht mehr hoch. Oh, wei, oh, wei. Kannst du jetzt einfach mal hier rüberkommen, vielleicht? Komm schon. Nicht darüber. Nicht darüber. Auch nicht ertrinken. können. Äh. Komm schon. Nicht ersaufen. Mann, du musst nur hier hoch, ey. Das ist alles, was du sollst. Einfach nur hier hoch. hier hoch. Was ist... Oh, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt kommt auch noch ein Creeper, ey. Oh, Mann. Bitte sehr, ey. Das ist unglaublich, ey. So, jetzt. Weißt du, was? Ey, komm. Kann ich mal absteigen, jetzt? Okay. So. Oh. So. Okay. Das mache ich jetzt, damit hier die meiste Gefahr jetzt einfach mal gebannt wird. So. Okay. Und jetzt? Wohin? Wohin, damit ich neues Landgebiet finde? Wohin? Und vielleicht hörst du Kuh mal auf, mich zu schubsen. Vielen Dank.